Guten Morgen aus Morro Bay. Ja, wir sitzen schon wieder im Auto. Das Wetter ist jetzt leider nicht. So ein gutes Niesel so ein bisschen. Hoffentlich wird es dann noch besser. Ja, jetzt steht die nächste Etappe an mit noch ein paar Zwischenstops. Der erste Zwischenstopp ist hier bei so einem kleinen Bäcker. Da waren wir gestern schon, da hatten wir diese niedlichen Geister, die ihr da im anderen Blog gesehen habt. Ja, da holen wir uns jetzt irgendwie noch Sandwich oder irgendwas da. Die hatten noch solche Sachen. Und dann geht es erst mal los auf Tour. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.